Das ist gar nicht die Garch-Farm. Garcherisch schon. Naja, will sie mir nur laden, am Truck. Ja, wir müssen ja abladen. Es ist aber das Symbol mit dem Haken daneben. Das heißt, vielleicht müssen wir das wirklich... Ich glaube, das Haken-Symbol ist nämlich immer da. Okay. Glaube ich halt. Ja gut, wenn es bei dir auch nicht geht, dann weiß ich nicht. Müssen wir da aber warten. Nimmst du ein gleich Verbrauchsgüter mit? Zwei Mal? Ja. Wir haben nämlich gerade die Lieferung für Steel Weaver. Ich weiß nicht, ob wir das gleich mitnehmen können. Das gehört dann zum Stadtlager. Das heißt, das ist aber dann eine andere Mission. Da steht auch nichts dabei, dass irgendwas irgendwie anders gemacht wird. Und dann haben wir die wichtigsten, nur... ...Strahlträger. Welche Mission ist denn das? Steel River. Ach, die Lieferung ganz still rüber, Stadtlager da. Gut. So, einmal Tankstelle. So, auch geil. Soll ich den Anhänger dabei zurückfahren? Das sei ich mitnehmen. Okay. Das ist ein bisschen gewiss. Okay. Beim Feldsturz brauchen wir den Stahlträger. Du könntest dann versuchen. So, nein. Beim anderen Feldsturz ist es aber... Oh, ja. Beim Feldsturz. Mhm. Dass du dann durchfährst. Gut. Und dort probier abzugeben. Probier abzugeben. Wenn nicht, dann weiß ich echt nichts davon machen. Das heißt, die Holzplanken nimmst du mit? Die muss ich dann noch holen, ja. Okay. Ich tue gerade den Tankanhänger. Außer. Servus. Kannst du mit dem Truck an schauen. Das ist schon lange nicht schlecht aus. Warte ich überholen? Überholen? Dann haben wir das überholt. Dann haben wir das überholt. Ich kann auch nicht abwarten. Ich muss das aufholen, leider. Ich muss das hake. Aber weh, du fachst dann langsamer vor mir. Okay. Oh, mit dem ist eine Freude zu fahren. Und, fahre ich langsamer? Ja. Shit. Fail. Das ist wurscht. Oh, die mal wollen. Okay. Schlickl. Mit dem müsste ich sogar durch den großen Fluss durchkommen. Na gut, das bin ich bis jetzt mit denen. Ey, aber mit dem Scout habe ich schon abgenommen. Echt? Hm. Und gesperrt ist er, das dauert noch. Gut, das ist eben gesperrt. Gut, wenn ich da durchfahren soll, dann bleibe ich da gleich mal stehen bei der Tankstelle. Dann darf ich da mal zurückfahren. Der hat auch einen guten Einschlag und alles, der ist geil. Und jetzt, das ist am Ende. Oh! Oh, okay. Oh, okay. Da ist ein Auftrag gleich daneben auch, im Restaurant da, oder was das ist, Hoppe? Ja, woanders hingeschaut, statt auf den Straßen. Oh, das war nur ein Gut, Scheiße. Malarrend. Malarrend. Willst du, dass wir uns Zeit aufholen? Helfen. Gut, aber... Bitte? Gut, du hast gemeint, ich soll jetzt durchfahren. So, welche sind das? Genau, das ist ein bisschen irgendwie nicht abgeschlossen. Du willst da zu Geld kommen. Sorry. Zuerst schaut er sich zwei Stunden lang LKW an. Jetzt findet er die Mission nicht Leere machen soll. Einfach gerade durchfahren. Felssturz, das ist weh auf der Karte. Du brauchst da nicht mal was finden. Dann muss ich die Mission nicht aktive auswählen. Mann, du musst nur hinfallen. Alles verlernt hat er. Ja. Alles verlernt hat er. Alles verlernt hat er. Alles verlernt hat er. Alles verletzt hat er. Alles verletzt hat er. Alles verletzt hat er. Dann fragt er auch noch so. Oder ist es guter Filmsturz? Bitte? Dann fragt er auch noch so, ob was ist, zu provozierend. Ja, verbrauchst guter Film, wenn du fragst, was ist. Hol ich dann. War das nur ein Stahlträger, das verstehe ich jetzt wirklich nicht. War das nur ein Stahlträger. Was soll ich jetzt nochmal Stahlträger nehmen und nochmal dorthin fallen? Ich glaube es, das bringt was. Keine Ahnung, aber ich bin planlos mit der Mission. Und? Ich muss mit dem Anhänger rein kommen. Die erkennt man da nicht. Bist du da? Oder? Die erkennt man da in dem Feld nicht. Ach so, gehen die Stahlträger da auch nicht? Nein. Ah, nicht. Dass der Anhänger was hat, vielleicht? Ich habe es ja auch bei mir am LKW oben gehabt, das erste Stahlträger. Das sind ja schon die zweiten, die ich geholt habe jetzt. Stahlträger und der Satzteile brauchen wir da. Ich probiere jetzt einmal selber welche zu laden am LKW vielleicht. Ich will jetzt wahrscheinlich mal auch nicht gehen, aber... Na, wo geht's? Okay, schau. Wenn wir's nicht probieren. Ich fahr mal zurück. Jetzt schauen wir mal, dass ein Anhänger zurückkippt, abkippt, dass er verkauft oder immer. Dann schauen wir mal weiter, was wir tun. Wenn das nicht funktioniert, ist es schon in zweiter Region, wenn ich abschließend schenze, glaube ich. Ich weiß nicht gar nicht, was liegt, weil das dürfte ja normalerweise nicht sein. Ersatzteile brauchen wir dann auch für die Brücke. So. Die schauen wirklich gleich aus, wie die, die ich hinten geladen habe. Das sind ja auch Stahlkrieger. Ja. Das ist komisch. Das ist komisch, aber... Vielleicht zeigt man den LKW an, also den Anhänger, mit dem man das abholen kann. Vielleicht muss man den Anhänger nehmen. So, jetzt zeigt er den Anhänger an, damit man das abholen kann. Jetzt zeigt man einen Anhänger an, bei dieser Mission jetzt. Wo ist der Anhänger? Der ist unterhalb bei der Stadt gleich. Ich probier das gleich. Unterhalb bei der Stadt? Ich seh da keinen Anhänger. Ich hole ihn jetzt einmal. Ich lasse den einmal da stehen. Kannst du mir sagen, wo der ungefähr ist? Wie sieht man da auch? Wow, wie soll ich dir das... sagen? Vom Stadtlager... Ich weiß jetzt nicht, natürlich, wie du die Karte gedreht hast. Kann man drehen? Ah ja, die kann man drehen. Sicher. Okay, Stadtlager, ja? Also, wenn du die Karte so drehst, dass du Richtung... Unten ist das Motel, oben ist Richtung Tunnel. Motel, oder? Du fährst vom Stadtlager nicht in der Mitte... Ah, wie soll ich das sagen? Wie soll ich das sagen? Vom Sägeberg die Straße entlangt noch, Richtung Stadt. Und da steht irgendwo ein Anhänger. Okay, das seh ich nicht. Vielleicht sieht man den nicht, wenn du... Wenn man den... Der hat Stahlträger oben, oder wie? Der ist für Stahlträger geeignet. Ah, geeignet. Okay, aber es steht ja nicht, dass er den oben hat. Ich hole ihn einmal. Wie kann man eigentlich eine Fracht wieder abladen, wenn man es nicht braucht? Entfernen. Okay. Okay, anscheinend doch ein anderer. Was ich dachte. Was denn? Ich habe gesagt, es ist vom Sägeberg zu Stadt. Aber das Sägeberg ist unten und du fährst rauf. Weil ich jetzt weiß ich kaum bin. Läuft. Muss man das Snabby setzen, Leute. So, was braucht man da? Auch Stahlträger. Wir brauchen überall Stahlträger. Also, wenn das nicht funktioniert, dann... Jetzt bin ich am Arsch. Ja, dann... Weiß ich nicht. Schon wieder zum Vergessen heißt. Schon wieder auf, oder? So, dann nehme ich einmal wieder mit. Jetzt weißt du, warum so viele Überflutungen sind. Ich glaube, ich glaube, ich schieße den Park. Ich hätte es dann gleich da oben stehen lassen, wenn ich drücke. So, jetzt fahre ich in die richtige Richtung. Oh, da braucht man auch Flieger. Der hat alles geladen, aber da braucht man auch Flieger. Ja, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es... Weil wir haben es ja... Wie gesagt, ich habe es ja am LKW auch oben gehabt und es hat nichts gelernt. Das ist nämlich nicht an, nur wenn man jetzt einen anderen Anhänger nimmt und dort oben hat, dass es dann funktioniert. Das heißt, es muss am LKW auch funktionieren. Na gut, das kann ich jetzt noch probieren. So, verbrauchsguter Arme. Was kannst du probieren? Jetzt ist es direkt am LKW. Achso. Na gut, habe ich auch gehabt. Also, wenn es wirklich auch nicht geht, dann... Tschüss. Unabsichtliche Mission angenommen. Oder her bin ich. Oder her bin ich. So.